. 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 Am Schabbat-Tag erinnert er an die Opfergaben des Tempels, die wir heute in keiner Synagoge der Welt, in keinem Lande mehr darbringen. Aber die Erinnerung, eine jüdische Erinnerungskultur, die Erinnerung daran, dass es eines Tages, vielleicht in weiter oder naher Zukunft, auch uns wieder mit dem Kommen des Messias auch zu den Tempeln hier in Jerusalem führen könnte. Daran erinnert dieses Gebetstuk, Reoma Schabbat, es dreht uns vor, Kantor Fischl mit Begleitung und Chor. Begleitung Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018